Wenn du doch 8 HP habt und unten im Knast ist einer. Unten im Knast ist einer? Unten im Knast muss noch einer sein. Warte mal, ich bin jetzt verwirrt. Jetzt ist Christian einfach verschwunden hier gerade. Hier ist eine Leiche. Leiche hat er doch getötet. Okay, ich glaube, er ist tot. Der letzte Traitor ist im Gefängnis eingesperrt. Ich bin aber kein Traitor. Was heißt denn der letzte? Einer ist tot. Ich confirm ihn jetzt. Und den anderen habe ich eingesperrt. Ich bin wirklich kein Traitor, Dalu. Das musst du doch sein. Ich will es aber nicht. Sam, du bist es nicht, oder? Nee, nee, bin ich nicht. Oh Gott, ja. Habt ihr schön über mich gelacht? Könnt ihr gleich nochmal über Dalu lachen. Dalu, confirm mal bitte den Traitor. Dalu ist vielleicht Traitor. Gib mir ne Sekunde. Die Leiche liegt im Schmodder. Naja. Komm ich ja jetzt echt nicht raus, oder was? Okay. Wo bist du denn, Peter? Er ist unten im Knast, aber hilf ihm nicht. Das habe ich noch nie gesehen. Jay, wo ist denn die Leiche? Was habe ich denn eigentlich für Leute abgeschossen? Habe ich Inno-Center abgeschossen? Natürlich! Alle Inno's, die reinkommen hast, abgeballert. Der einzige Traitor war Jay. Ja, den habe ich gekillt. Ach, der liegt da. Nee, trau ich mich nicht. Vor Peters Zelle liegt der andere Traitor. Ja, den habe ich, glaube ich, gekillt, mein Freund. Ich glaube, ich habe mich auch auf den geschossen. Okay, dann lasse ich dich wieder raus. Ja, mach ich eh nicht. Ja, dann schie... Nimm... Ich gucke, ob du die Waffen runter nimmst. Nimm die Waffen runter. Ja, okay, wie mache ich denn das? Wegwerfen. Mit Kuh. Wegwerfen? Okay. Dalu ist sowieso Traitor. Genau. Das war doch klar. Wenn du nicht Trader bist, dann muss das doch Dalu sein, der mit dir spielt. Oh Mann, ey. Das ist so traurig. Und dann wirft der andere seine Waffe wirklich weg. Geh da, Lune, scheiße. Oh, 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 oh